Kommen zurück hier in Minecraft. Wir wollen jetzt gleich nochmal diesen verbesserten Tisch bauen um uns auch einen Hammer bauen zu können. Heißt versinkte Ziegel hier hin. Und wir brauchen jetzt noch eine Werkbank, die Werkbank verkraften wir, um eine bessere Werkstation zu bekommen. Oder auch nicht. Was fehlt noch? Werkstation. Achso, naja, man braucht natürlich noch wieder so eine Schablone. Jetzt aber. Werkstation. Werkzeugstation, so. Weg zur Gasse haben wir jetzt. Das heißt, wir brauchen diesen hier nicht mehr. Wir tauschen den gegen den aus und können nämlich jetzt die alten Sachen natürlich noch und natürlich noch neue Dinge, wie diesen Hammer. Und dafür brauchen wir einmal so ein Gesicht. Das Gesicht brauchen wir auch in Gold. Wir brauchen Holz. Wir brauchen ja auch noch den Hammer. Wir brauchen den robusten. Nein, es hat mir noch den Hammer rausgenommen. Wir brauchen den robusten Griff. Der ist jetzt einen Hammer schon mal weg. Der kommt hier rein. Der robuste. Kommt raus. Hammerkopf. Der kommt hier auch raus. Der kommt hier raus. Der kommt hier raus. Der kommt hier raus. Der ist das weg. Der ist das weg. Der ist das weg. Wollen wir mal weg machen. Wollen wir mal weg. Wollen wir noch Bussen. Wollen wir mal raus. Reicht das? Ja. Das ist die Frage, wieviel brauchen wir noch an Eisen? Wollen wir noch etwas rein? Das dauert auch noch ein bisschen. Dann gehen wir mal wieder runter. Ich wollte eigentlich auch noch mal wieder ein paar davon herstellen. Was hier so schön ist. Kuhle. Was hier so schön ist. Ein bisschen Zinn. Ein bisschen Zinn. Ein bisschen Zinn. Ja. Ein bisschen Zinn. Wollen wir hier. Komischen Geräusche schon wieder in der Dunkelheit. Wir haben ja alles mögliche. Und nicht das. Sie brauchen. Uranerz. Wollen wir hier mal fahren. Wollen wir hier mal fahren. Jetzt. ein bisschen Eisen. Ein bisschen Eisen. Zinnbeerenlusch. Brauchen wir da Erde für? Nein. Nein es ist es nicht. Guck mal hier können wir uns auch schon eine super Russe unterweiten. Wollen wir uns erstmal. Für lange Zeit. Gute Dienste machen. Anhaltender. Wollen wir uns hier unten anziehen. Guck mal hier. Wollen wir uns hier mal zusammen. Und jetzt geht's. Oh, hier sind auch noch Scherben. Oh, hier ist Obsidian. Oh, hier ist ein veriöses erstes, das brauchen wir später auch noch, um eine schillernde Bahn herzustellen. Gehen wir den Stein weg. Und wir kommen hier gar nicht weiter. Das heißt, wir müssen uns hier wieder hochgraben. Den weg. Wir wollen auch den haben. Und wir wollen auch noch das haben. Manchmal sollen wir wieder hochgraben. Das heißt, wir müssen uns hier wieder hochgraben. Und wir müssen uns hier wieder hochgraben. Und wir müssen uns hier wieder hochgraben. Und wir müssen uns hier wieder hochgraben. Oh, hier sind wir hier. Das heißt, Obsidian behöhe. Wir müssen uns hier wieder hochgraben. Wir müssen uns hier wieder hochgraben. Das ist auch super. Wahrscheinlich muss ich hier landen. Aber hier hoch. Hm. Ging es hier lang? Aber hinten. Gut. Sensbärenbüsche nehmen wir mal mit. Lass dich den Feuerstein. Lass dich da. Na, ich möchte den Butsch mitnehmen. Schmeiß ich den mal eben weg. Um eigentlich nichts wegzuschmeißen. Okay. ... B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-G-A-T-E-R Fhrr-rchhh Nein, das Feriose darf hier nicht ran. 10, Gold, Eisen. Das brauchen wir, ich kann das ja gleich mal vorführen. Wie man schillernde Barren macht. Obwohl, das spare ich mir noch auf. So. Ein bisschen Redstone. Also wir haben Redstone. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich noch mal so eine Bank machen. Ich bin schwer, ich weiß wie sie heißt. Bank heißt hier. Also Redstone brauchen wir einen Block. Und 4 davon und Eisen. Das heißt. So. So. Und Eisen. Hier ist kein Eisen drin. Wir brauchen dann auch kein Eisen drin. Das heißt, wenn der mal voll ist. Die sind jetzt drin. Die sind drin. Ah. Das sind die ist drin. Und er ist nicht drin. Die sind drin. Der war das. Oh, kein Eisen mehr runter. Aluminium, Inver. Das ist Eisen. Oh, da gibt es Eisenherr eben. Oh, hier wurde ich auch immer Eisen her. Kupfer war es. Kupfer, haben wir auch nicht viel. 1, 2, 3, 4. Da auf 1. 1, 2, 3, 4. 4 davon und Eisen drumherum. Jetzt mal eine ganz kleine Bank. Mit einer Million. Die kann ich einfach mal hier hinstellen. Grafikfehler. Das ist jetzt selber. So, und es wird aber auch schon mal wieder Zeit. Das ist selber. Das ist selber. Das ist selber. Hier wird jetzt nicht fehlen. Dann sage ich an dieser Stelle auch wieder. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen da oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.